Schauen wir mal, wie sich die Zahlen in Deutschland entwickeln. Wir sehen, die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter leicht an. Die Gesundheitsämter haben dem RKI seit gestern insgesamt 646 Positiv-Tests gemeldet, 206 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt von 6,4 auf 6,5. Das RKI hat 26 weitere Todesfälle registriert. Insgesamt wurden fast 82 Mio. Impfdosen verabreicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017